Das hier vor mir ist ein Redstone-Block. Und was es damit auf sich hat und noch vieles mehr, seht ihr heute in der neuen Folge von 5 Dingen in Minecraft, die du noch nicht wusstest. Wir haben auch noch die Möglichkeit zu verhindern, dass der Enderdrache beim erstmaligen Betreten des Ends spawns. Man muss den gar nicht bekämpfen. Und noch weitere Sachen, wie gesagt, neue Folge von 5 Dingen. Und wenn ich genug habe, gibt es eine neue Episode und wir starten einfach mal direkt rein. Schaut mal, was ich hier vor mir gebastelt habe. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Das ist ein Redstone-Block, der komplett mit Redstone-Partikeln umringt wurde. Hatte ich vor einer Weile mal gesehen und ich habe es noch auf die Liste gepackt. Im Prinzip ist es ein Redstone-Block, der in Maßen die roten Partikel emittiert. Und wie ist das? Wahrscheinlich hat man schon was gesehen. Hier oben liegen XP-Kugeln drauf. Wenn wir also an Redstone-Blöcke hingehen. Wir sind auch hier, ich habe die 1.19 noch rausgepackt. Wenn wir hingehen und die Kugeln jetzt mal einsammeln, dann solltet ihr sehen, dass die Partikel weggehen. Aber wenn ein Spieler sich auf einen Redstone-Block draufstellt, dann wird er ja jedes Mal unten Partikel rausschmeißen. So, und jetzt sieht man, ah, alle eingesammelt. Wenn man allerdings eine XP-Kugel draufwirft, dann ist das auch der Fall. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn sich mehrere Spieler draufstellen. Das habe ich nicht getestet, ob es im LNTs auch geht. Vielleicht kann ich da auch ganz viele Creeper draufsetzen. Mit XP-Kugeln ist es aber am gechilltesten. Und ich habe mir so eine kleine Glaskugel oder eine kleine Glasröhre gemacht. Und da schmeiße ich das mal drauf. Kann mir vorstellen, dass das ein schönes Deko-Item ist für Base oder sowas. Das kann man irgendwo in eine Decke reinbauen beispielsweise. XP-Flaschen kann man sich ja holen. Problem ist nur die, die spawnen halt nach 5 Minuten. Aber wenn du mal einen Gast oder sowas hast, hau, keine Ahnung, ein paar XP-Bottles drauf, pack den irgendwie in die Decke rein. Man kann ja auch hier Blöcke nehmen, die jetzt nicht aus Glas sind. Die habe ich schon gemacht, damit ich es besser sehen kann. Und dann hast du so eine Art Partikelleuchte, die irgendwie ganz weird aussieht in deiner Base-Decke drin. Das ist einfach ein Block, der runterhängt in dieser Partikelform hat. Fand ich irgendwie cool. Dachte ich, zeige ich. Und jetzt wisst ihr, wer das nachmachen könnte. Sollte auch weiterhin in Zukunft noch funktionieren. Weiter geht's. Das nächste auf der Liste habe ich vor ein paar Wochen per Zufall im Wiki gesehen. Aber ich habe auch die letzten drei Videos nach guten Kommentaren durchgeschaut. Und da war auch ein Kommentar dabei, der zufälligerweise das selber herausgefunden hatte. Steht bei mir schon auf der Liste. Ich habe es eben spontan vom Video gesehen. Ich blende den aber hier auch nochmal mit ein. Halika schreibt, die Verzauberung Bane of Arthropods hat neben dem Extra-Damage noch einen zweiten Effekt. Und zwar belegt sie Spinnen und so weiter mit einem Slowness-Effekt. Habe ich letztens herausgefunden und dachte, wenn du sagst, die vielleicht nicht jeder weiß. Richtig, ich auch nicht. Und ich habe das aber mit Silberfischen herausgefunden, weil ich Silberfische im Wiki geresearcht hatte. Und da stand das auch mit drin. Mit Bane of Arthropods kann man diese verlangsamt Slowness-Effekt geben. Und wisst ihr was? Das testen wir jetzt einfach mal. Also manchmal ganz kurz hier ein Enchant. Und dann machen wir mal ein Bane of Arthropods 1 einfach mal, um Slowness zu geben oder sowas. Und ich packe jetzt einfach mal eine Spinne raus. Wird wahrscheinlich bei Spinnen genauso funktionieren wie bei Silberfisch. Also Silberfisch war mein Research-Punkt. Bei Zufallstandard. Ich fand es interessant. Guck mal, wie schnell das ist. Und wenn ich den haue, dann sollte der, guck mal da, hier Trank-Effekte kriegen ganz kurz um sich rum. Also es ist wirklich, wirklich eher kurz gesetzt. Vielleicht kann ich es bei der Spinne ein bisschen besser sehen. Ich haue die mal ganz kurz. Und graue Trank-Effekte. Ist mir bisher nie aufgefallen. Aber wer zum Geier von euch hat denn bisher jemals Bane of Arthropods überhaupt irgendwie als Enchantment gekürzt? Macht das jemand, hilft ja eh noch für Spinnen und Silberfische und so ein Zeug. Die meisten anderen sagen hier, da, Trankpartikel. Fand ich irgendwie sehr, sehr nett. Und deswegen ist es mir dran. Leider, Leute, ich muss euch aber hier Info geben. Haut ruhig weiter Fakten raus. Ich habe die letzten drei Minecraft-Videos durchgeguckt. Die letzten drei Kommentarsektionen, die letzten drei Folgen. Und das war das Einzige, was ich für das Video eventuell verwenden wollte. Die meisten anderen Sachen haben wir alle schon verwendet oder sind nicht so besonders. Wenn ihr wirklich eine gute Idee habt und die guten Daumen nach oben bekommt, dann habt ihr die Möglichkeit, im nächsten Video ebenfalls mit eingeblendet zu werden. Weil es ist langsam schwierig nach den ganzen Sachen, wir haben ja mit über 1000 Fakten mittlerweile noch was richtig Signifikantes, Cooles zu finden. Ich gebe mir mal Mühe, aber jeder weiß, traut euch, haut's raus und eventuell klappt das was oder klappt's in den nächsten Episoden. Als nächstes geht es in das End und wir werden versuchen zu verhindern, dass der Enderdrach überhaupt erst spawnen kann. Und dazu suche ich mir einfach mal ein Locate, äh, Locate, genau, Locate Structure Stronghold. Übrigens auch fünf Dinge, wer es nicht wusste, ihr könnt alle Strukturen, Biome und sowas per Command suchen, ähm, sollte aber weitestgehend bekannt sein. Und dann landen wir an der Oberfläche und müssen runtertauchen und hier unten seht ihr dann das nächste Stronghold. Wir gehen jetzt ins End rein und, äh, wollen mal hoffen, dass der Drache nicht spawnt. Und der Trick dabei ist folgender, ihr müsst einen Crystal nutzen, einen Endcrystal und den sofort platzieren auf der Obsidianinsel, wenn ihr das End betretet. Randers uns runterstellen, kann ein bisschen was helfen, muss aber nicht, ich mach's einfach mal und dann geht's hier rein. So, bevor ich jetzt reingehe, kann ich euch sagen, ich selbst werde es nicht hinbekommen. Das braucht ultra gutes Timing und hat ein bisschen Skill. Ich weiß aber, dass es geht und dass es funktioniert hat. In der 1.19, 1.20 wird das gefixt, da geht das nicht mehr. Noch aktueller haben wir die 1.19, 1.20 kommt erst in gut einer Woche raus. Und wer den vorher noch einmal benutzen möchte, den Trick, der kann das gerne tun, aber wie gesagt, ist ein bisschen, sag mal, kann das eigentlich sein? Warum ist das, gibt's noch mehr einen Bug? Schaut euch mal die Textur von dem Portal an. War das irgendwie mal ein bisschen detaillierter oder verwechsel ich das gerade mit dem Endgateway? Irgendwie ist die so ein bisschen grobkörnig hier, die Endportal. Kommt mir grad so vor. So, ähm, der Trick ist normalerweise davor. Ich zeige ihn jetzt, ich werde es nicht hinbekommen, ich habe es schon probiert, aber ich weiß, dass er geht. Bis zu 1.20, in den 1.20 Snapshots und Release Candidates ist das gefixt. 1.19 soll es eigentlich noch gehen, aber ich kriege wahrscheinlich nicht schnell genug hin. Wir hüpfen rein und ich setze sofort den Endcrystal vor mir auf den Boden. Ja, ist zu spät, der Drache ist schon gespawnt. Ihr habt gesehen, der Drache ploppt oben sofort auf. Aber normalerweise sollte das eben, ich kann aber wieder die Distances hochschrauben gehen. Ihr kennt das vielleicht von Speedruns. Wenn du All-Glitches-Speedruns machst, dann gibt das Leute, die das schon benutzen. Daher weiß ich, dass es geht. Und es gibt auch einen, ich kann euch den Bug-Tracker-Report in die Kommentare reinpacken, falls ihr das mir nicht abkauft. Dort gibt es auch ein Video, welches verlinkt ist, wo das jemand macht. Ich möchte aber kein Fremdcontent, wie immer, in den Videos einbinden oder so wenig wie möglich. Deswegen reicht das hoffentlich mir bald aus. So, was würde passieren? Der Drache würde nicht spawnen. Das Endportal wäre bereits schon besiegt und offen und man könnte direkt wieder zurückgehen. So hat man halt dann Minecraft schneller durchgespielt. Aber geht bis zu 1.19, danach nicht mehr. Als nächstes würde ich gerne einen Classic-Fact nochmal zeigen. Eigentlich hatte ich heute nicht genug Sachen auf der Liste stehen, aber ich habe trotzdem eine Folge gefühlt. Und ich fand, das war vielleicht eine Option, mal wieder etwas Altes zu zeigen. Weil wie gesagt, das ist Jahre ja, seitdem wir es gezeigt haben. Es sind neue Zuschauer dazugekommen und viele kennen es vielleicht noch nicht. Ich habe mich für Folgendes entschieden. Hinter mir seht ihr eine Minecart-Sstrecke. Und es gibt eine Besonderheit auch wieder mit Items, die ihr wahrscheinlich sonst nie benutzt, nämlich Minecarts with Chests. Und wenn wir zwei davon hier draufsetzen, ist es exakt dieselbe Strecke. Also fünf Blöcke, wo es Abfahrt geht und hier vorne die Blöcke gehen auch gleich lang. Wenn ich das jetzt mal vergleiche, in ein Kisten-Minecart packe ich mal ganz viel Sandstein rein. Komplett aufgefüllt bis zum Maximum. Das hier ist leer. Das ist ohne Sandstein. Und jetzt machen wir gerade mal folgendes. Ich würde hingehen und beide anschieben. Dann guckt mal, was passiert. Das leere Minecart fährt viel weiter, fällt sogar hier unten runter. Und das volle Minecart schafft hier unten gerade mal die Hälfte der Strecke. Können wir nochmal reingucken. Das ist die volle Kiste, das ist die leere Kiste. Abhängig vom Füllstand eines Kisten-Minecarts kann es unterschiedlich weit rollen. Wobei es ja eigentlich andersrum sein müsste. Ein schweres Minecart, was hier oben mehr Energie aufbaut und Schwung nimmt, müsste eigentlich weiterfahren. Aber gut, dann ist halt hier die Reibung zu heftig. Wollt ich mit erwähnen, ist ein Classic-Fact. Hatten wir vor Jahren mal gehabt. Ich fand den aber cool und dachte, vielleicht kann man so ein kleines Review machen. Ich würde sogar sowieso sagen, dass ich zukünftig hier und da mal Classic-Facts einbaue, die ich cool fand, rückwirkend. Weil wir haben mittlerweile das Spiel bis auf die tiefsten Sachen ergründet. Und naja, ich versuche immer so eine Sache zu finden. Irgendwann ist es halt schwierig. Es gibt auch noch eine weitere Sache. Die habe ich per Zufall herausgefunden oder gesehen. Oder ist mir zumindest aufgefallen, als ich ein kleines bisschen gebastelt habe. Und dafür müssen wir in die 1.20 gehen. Zumindest in den Release-Candidate, weil aktuell ist ja noch nicht die 1.20 draußen. Um links Release-Candidate 1. Und hier ist die Welt, wo ich die große Zusammenfassung aufgenommen habe. Alles über das neue 1.20-Update gibt es in den Videos auf dem Channel. Aber darum geht es nicht. Es geht um ein spezielles Item, wenn ich mir Suspicious Sand raussuche. Normalerweise ist man ja dran, Suspicious Sand mit einem Pinsel wegzupinseln, weil man das Item darin haben will. Wenn man das abbaut, dann kriegt man da nicht wirklich was raus. Aber ich fand es vielleicht ein bisschen erwähnenswert, wenn man Suspicious Sand so abbaut. Ohne, dass man einen Pinsel nutzt, hört ihr das? Kann man die Scherben darin klimpern hören und das hat sich ein bisschen nach Glas angehört. Fand ich irgendwie, keine Ahnung, zumindest slightly interesting, weil es ist ja eigentlich Sand und Kies. Warum? Bei Gravel ist das nicht so der Fall. Naja, doch auch ein bisschen. Auch da hört man die Scherben darin klimpern. Keine Ahnung, normalerweise macht man es nicht. Deswegen, jeder wird eine Brush nehmen. Ich wollte es mal mit erwähnen. 1.100 weitere Minecraft-Fakten in diesem Format gibt es übrigens in der Playlist drin. Bei 5 Dingen, die du nicht wusstest, seit 2013 oder 2014 machen wir dieses Format. Schaut da unbedingt mal rein, wenn ihr mehr sehen wollt. Und generell ruhig den Kanal abonnieren, wenn ihr neu seid. Like nicht vergessen, würde mich freuen. Bis dann, lass krachen. Ciao, ciao. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn